Herzlich Willkommen auf GadgetBlasa.ch Heute in einem kleinen Video Review eine Proporta Hülle Aluminium Lined Leather Case für das Samsung Galaxy S2 Das wollen wir uns doch kurz etwas genauer anschauen Hier in einer schönen Verpackung befindet sich auch gleich das Case nichts mehr, nichts weniger braucht es ja auch nicht sprich, das Ganze ist als Leder wie man sehen kann hier sehr schön verarbeitet mit den Nähten vom Case selber zum Öffnen hat es hier einen Magnetdruckknopf Des Weiteren hat es eine Aussparung oben für den Klinkenstecker, also für das Kopfhörer sowie das sekundäre Mikrofon für die Geräuscheunterdrückung und hinten ist eine Aussparung für das Kameramodul mit dem Blitz nebendran Auf der Seite sieht man so zwei Aluminium Klammern die sind aber mit Leder umwoben sprich, da kratzt nichts an eurem Smartphone Im Innern ist es ein helles Leber ein beige Leber im oberen Teil und unten, wo das Smartphone aufliegt ist Stoff schwarz mit liniert auch in beige im oberen Bereich ist noch der Firmenname auf einem Aluplättchen eingraviert und schön eingenäht das Smartphone wird hier drin eingeführt natürlich passt genau dass hinten die Kamera am richtigen Ort ist schliessen und schon ist euer SGS2 perfekt geschützt das Samsung Galaxy S2 ist somit auch nutzbar im Case drinnen sprich, ihr könnt Musik hören Fotos machen alles hier im schönen Leathercase das war das Review zu dem ersten Proporta Produkt es werden noch weitere hier auf dem Kanal folgen schaut also fleissig rein besten Dank an Proporta für dieses Testmuster euch einen schönen Tag und wenn ihr mehr über das Case lesen möchtet auf gadgetplaza.ch unter dem Zubehör findet ihr ein vollkommenes Review mit Bildern und Text dazu besten Dank fürs Zuschauen euer Poughkeepsie für gadgetplaza.ch Tschüss